Die ersten Sonnenstrahlen stehen am Himmel, da ist es doch ganz klar, die Temperaturen nähern sich der 15 oder mehr Grad Marke, der Rasen muss gemäht werden. In der Nachbarschaft rühren schon die ersten lauten Motoren wieder, aber gar kein Grund für mich auch den alten Benziner rauszunehmen, denn seit dem vergangenen Jahr ist Herbie bei uns ja im Einsatz und der bekommt gleich seine erste neue Ausfahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020